Die Digitalisierung schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran und betrifft sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Schon jetzt sind und werden viele Bereiche digitalisiert und es werden zusehends mehr. Daraus ergeben sich viele Chancen, aber auch einige Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Fragen der digitalen Teilhabe, um somit soziale Teilhabe sicherzustellen. Wichtige Vorgänge, die bisher hauptsächlich analog durchgeführt wurden, wie beispielsweise das Beantragen von Sozialleistungen, werden zunehmend digital erfolgen. Auch Kommunikation findet immer mehr digital statt. Stichwort Messenger-Video-Call. Für die meisten Menschen stellt das kein Problem dar. Es gibt jedoch auch Gruppen, die bisher kaum Berührungspunkte mit der digitalen Welt hatten, sich im Umgang mit ihr schwer tun oder nur einen begrenzten Zugang zu dieser haben. Daraus ergeben sich auch für die soziale Arbeit einerseits neue Anforderungen in bestehenden Arbeitsfeldern, andererseits entwickeln sich neue Bereiche. Das bedeutet wiederum, dass Fachkräfte die notwendigen digitalen Kompetenzen erwerben müssen, um ihr Klientel unterstützen zu können. Zum Beispiel wird es bisher bekannte Berufsfelder in Zukunft nicht mehr geben. Tätigkeiten sind entweder nicht mehr notwendig oder werden beispielsweise durch Roboter und Drohnen erledigt. Dadurch ergeben sich wiederum ganz neue Anforderungen an zukünftiges Personal. Für Organisationen, welche soziale Arbeit leisten, ist es also wichtig, dass sie die digitale Kompetenz ihrer Mitarbeitenden ausbauen. Zum einen können digitale Kompetenzen zu einer Effizienzsteigerung führen. Effizienzsteigerung bedeutet, dass dieselben Aufgaben wie bisher nun mit weniger zeitlichem, organisatorischem, personellem oder ressourcentechnischem Aufwand oder Kosten ausgeführt werden können. Beispielsweise, dass Teile der immer umfangreicher werdenden Dokumentation oder der Falladministration zumindest teilweise automatisiert werden können oder dass KlientInnen solcher Organisationen auch räumlich entfernt mit Hilfe digitaler Technologie phasenweise betreut werden. Zeitersparnisse dadurch, dass betreuungsferne Tätigkeiten wie beispielsweise Dokumentation oder Fahrten von und zu KlientInnen entfallen, können dann im besten Fall für eine intensivere KlientInnenarbeit eingesetzt werden. Neben der Effizienzsteigerung kann der Einsatz digitaler Technologien durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal auch zu einer Qualitätsverbesserung sozialer Arbeit führen. Beispielsweise dadurch, dass sich der Kontakt mit KlientInnen vereinfacht oder niedrigschwelliger ausgestaltet werden kann oder dass Familien, Freunde oder der individuelle Sozialraum der KlientInnen besser einbezogen werden können als bislang. Auch könnte die Einführung digitaler Tools die Arbeit unter den KollegInnen in der Organisation und zwischen Organisationen vereinfachen, indem man sich beispielsweise leichter in entsprechenden Teams abstimmen und fachlich unterstützen kann. Die digitale Transformation in sozialen Einrichtungen kann aber auch das Berufsbild für potenzielle Auszubildende attraktiver machen und somit wenigstens zu einem Teil dem enormen Fachkräftemangel in der Sozialwirtschaft entgegenwirken. Hier können auch soziale Medien zur öffentlichen Präsentation der eigenen Organisation und zum Ansprechen junger Fachkräfte dienen. Eine Studie zeigt, dass bereits gut 64 Prozent der befragten Fachkräfte in sozialen Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz soziale Medien zur Präsentation der Organisation zur Kommunikation mit KlientInnen sowie zur Hintergrundrecherche einsetzen. So weit, so gut. Doch die Organisation darf dabei ihre Mitarbeitenden bei der digitalen Transformation nicht allein lassen, sondern im Gegenteil, sie muss die Mitarbeitenden beim Aufbau ihrer digitalen Kompetenzen fördern und unterstützen, indem sie in der Organisation dafür förderliche Rahmenbedingungen schafft. Um einen professionellen und handlungssicheren Umgang der Fachkräfte mit digitalen Tools zu gewährleisten, sollten Organisationen einen geeigneten Rahmen stecken, innerhalb dessen sich die Mitarbeitenden bewegen und sich mit ihren jeweiligen Kompetenzen und Ideen einbringen können. Dabei ist darauf zu achten, dass die umzusetzende digitale Transformation im Einklang mit der Gesamtstrategie der Organisation ist. Ein wesentlicher Erfolgsbaustein dabei ist es, Entscheidungen nicht nur auf der Führungsebene zu treffen, sondern stets das Wissen und die Erfahrungen der Mitarbeitenden im Entscheidungsprozess mit einzubeziehen, also echte Partizipation zu leben. Und hier setzt das Konzept des Belvedere-Projekts an. Belvedere soll Organisationen dabei unterstützen, diese neuen Herausforderungen meistern zu können. Als Rahmen für das gesamte Konzept haben wir von Belvedere das Modell Mensch-Technik-Organisation, kurz MTO, gewählt. Dieses Modell betrachtet Unternehmen, Behörden und Einrichtungen als dynamische und komplexe Systeme. Grundlage des MTO-Modells ist die Überzeugung, dass die Teilsysteme Mensch, Technik und Organisation durch die Arbeitsaufgabe verknüpft sind und aufeinander einwirkt. Das Zusammenspiel menschlicher, technischer und organisationaler Komponenten ist essentiell für den digitalen Wandel. Erfolgreich kann er nur sein, wenn die drei Komponenten im Einklang stehen und zusammengedacht werden. Mit Blick auf den Faktor Mensch ist es vordringlich Ziel, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Mögliche Vorbehalte und Ängste können so frühzeitig berücksichtigt oder ausgeräumt werden, um die Mitarbeitenden als Treiber der digitalen Entwicklung der Organisation zu gewinnen. Der Mensch ist zentraler Erfolgsfaktor digitaler Veränderungsprozesse. Aufbau und Förderung von Digital Readiness bedeutet nicht nur Wissen, sondern die Entwicklung von Fähigkeiten und den Aufbau von Kompetenzen und letztendlich die Haltung gegenüber Veränderung durch Digitalisierung. Der Faktor Technik beschreibt folglich das notwendige technische Teilsystem, um die Arbeitsaufgaben zu erfüllen. Unter diesem Punkt werden technologische Lösungen verstanden, die in der Organisation eingeführt und mit den organisationsspezifischen und persönlichen Merkmalen abgestimmt werden sollen. Der Faktor Organisation beschreibt Aufbauabläufe und Rahmenbedingungen im Unternehmen, in der Behörde oder Einrichtung, in welchem die Arbeitsaufgabe erledigt wird, also beispielsweise die Art und Weise der Arbeitsteilung, die Vollständigkeit der Arbeitsaufgaben und Ähnliches. Anhand dieser Aspekte können Möglichkeiten sowie Risiken für zukünftig genutzte Technologien ausgearbeitet werden. Damit die jeweilige Arbeitsaufgabe erledigt werden kann, müssen die Teile des Arbeitssystems gut aufeinander abgestimmt sein. Zugleich bestimmen die drei Teilsysteme für sich genommen, aber auch in ihrem Zusammenwirken an den Schnittstellen Mensch-Technik, Technik-Organisation und Organisation Mensch die konkreten Arbeitsbedingungen für die erwerbstätigen Menschen. Es braucht also Klarheit über die Rollen der einzelnen Fachkräfte im Unternehmen und über das, was sie brauchen, um ihre Rolle gut erfüllen zu können. Um Fachkräfte in der sozialen Arbeit entsprechend zu befähigen, braucht es klarerweise Schulungen zu Programmen und Tools, die zum Einsatz kommen. Zusätzlich müssen Fachkräfte auch wissen, wie sie ihre Klientinnen in deren digitaler Teilhabe unterstützen können. Das setzt eine offene Haltung der Fachkräfte voraus, um sich dieser neuen Herausforderung stellen zu können. Um als Organisation wettbewerbsfähig sowie aktuell zu bleiben und die Fachkräfte dazu zu befähigen, ihre Klientel unterstützen zu können, müssen also technische Geräte und digitale Tools zur Verfügung stehen. Das sind mobile Endgeräte mit Internetzugang wie PC, Laptop, Tablet, Smartphone, der Zugang zu modernen Apps und Programmen oder moderne Schulungsgeräte für Bildungsangebote wie beispielsweise Beamer, Whiteboard oder Objektkamera. Dabei muss beachtet werden, dass sowohl die Anschaffung als auch die Wartung der Geräte Geld kosten. Diese müssen genauso wie die ergänzenden Tools und Programme sowie die notwendigen Schulungen als Kostenfaktor mit einberechnet werden. Es ergeben sich daraus auf der einen Seite Fixkosten für die Anschaffung, auf der anderen Seite aber auch gegebenenfalls schwer kalkulierbare laufende Kosten. Es bedarf auch technischen Supports, der meist nur von ausgebildeten Fachpersonal geleistet werden kann. Neben diesen technischen Teilsystemen und den damit verbundenen Kostenfaktoren braucht es Klarheit auf der Ebene der Organisation, in welchen Bereichen der sozialen Arbeit welche digitale Lösung die angemessene ist. Wie können Arbeitsabläufe sinnvoll durch digitale Anwendungen optimiert werden? Oder macht es wenig Sinn, da die digitale Anwendung nicht essentiell oder so kompliziert ist, dass bisherige vielleicht analoge Abläufe effizienter sind? Im Belvedere-Konzept versuchen wir, all diese Teilbereiche entsprechend mit einzubeziehen. Dafür bieten wir das Belvedere-Training mit integrierten MOOC für Menschen in der sozialen Arbeit, also für den Faktor Mensch, an. Zusätzlich gibt es eine Toolbox mit Anwendungen, die von allen Projektpartnern in den einzelnen Arbeitsprozessen der sozialen Arbeit praktisch erprobt und evaluiert wurden. Hinweis Faktor Technik. Und nicht zuletzt bieten wir einen Online-Kurs für Führungskräfte inklusive Online-Tool zur Selbsteinschätzung und Empfehlungen zur Gestaltung der digitalen Transformation, also für den Faktor Organisation. Machen Sie mit! Steigen Sie ein ins Belvedere-Programm und nutzen Sie das für Sie ausgearbeitete Angebot für Ihre Organisation. Wir freuen uns auf Sie!